so du 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 loadgame mit so midi room waren wir was haben wir gemacht stimmt wir wurden ah ja stimmt wir sind gefangen genommen snake waits for an opportunity to escape ok gut in gefangen genommen und soweit ah ah damn ich habe einen kalt der witte sie hat meine clothes so jetzt müssen wir mal gucken wie wir rauskommen vielleicht müssen uns irgendwo verstecken was was sie sieht er uns hallo glaubt er sieht uns ja hab gedacht wenn wir uns irgendwie verstecken dass der dann denkt wir sind ausgebrochen oder so okay das hat mir doch letztes mal schon komm 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 mal 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 Plausible deniabilität, oder? Ja. Und morgen, der Präsident und seine Russische Unterbrecher sind bereit für den Start-3-Akord. Ich verstehe. Das ist der Grund für die Verbrechung. Das stimmt, Snake. Und deswegen können wir diesen Terroristen attacken öffentlichen. Wir haben noch gar nicht die Start-2-Akorde, oder mit dem Thema TMDs. Das muss mit dem Präsidenten sein, und Amerika ist die dominante Super-Power. Also, Patriotismus ist deine Begründung für die Constitution? Bitte, Snake. Just stop sie. Warum sollte ich? Weil du nur derjenige, der kann. In diesem Fall, erzähl mir die Wahrheit über diesen neuen typen Nukleer-Wahrheit. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht die Details. Ich glaube nicht. Wenn die Situation so ernst ist, warum nicht ihr in ihre Begründung? Lass sie ihre Begründung haben. Sie sehen? Oder ist es ein Grund, dass du das nicht kannst? Das ist etwas, was du mir nicht sagst. Im Publikum, der Präsident war sehr hoch in seiner Opposition zu den Eugenikern. Wir wollen nicht die Existenz der Genome-Armee gehen öffentliche. Und das ist die einzige Grund? Huh. Du bist mit dir. Entschuldigung. Der Korps der Darpa-Chief liegt hier neben mir. Oh Mann. Aber es ist wunderschön. Er sieht und sieht, wie er ist tot seit ein paar Tagen. All das Blut hat auch geflogen. Geflogen? Vielleicht um die Decomposition zu reduzieren? Ich habe keine Ahnung. Aber der Herrschiff nur ein paar Stunden vorhin, richtig? Genau. Aber er hat bereits angefangen zu decomposieren. Wie könnte es alles sein? Was er in seinem Blut, was sie wollten? Ich wunderschöne. Es ist nur die Nanomachines und der Transmitter. Der Herrschiff hat ihnen gesagt, dass er seine Detonation-Code ist? Ich glaube, so. Es sieht, dass sie beide Codes haben und fast bereit sind zu launchieren. Damn. Ist es überhaupt eine Art, um es zu verhindern? Es scheint, dass es eine Art, um die Aufmerksamkeit zu reduzieren, kann das Detonation-Code auszulieren. Es ist eine Begründung, die die Arme-Technik installiert hat. Sie müssen sie mit drei Spezial-Card-Keyben. Und wo sind diese Begründungen? Ich habe eine von ihnen. Ich weiß nicht, wo die anderen zwei sind. Außerdem bin ich hier. Wir haben keine Wahl. Lass uns die Begründung. Deine Priorität jetzt ist, zu zerstören die Metal Gear selbst. Sorry, dass du alles in deinem Kopf hast. Aber du bist alles, was ich habe. Bist du da weg und kommst in die Kommunikation-Tower. Also... Was? Ich weiß, dass sie sehr fragt. Merrill, richtig? Ja. Ja. Ich werde sie schützen. Danke. Ihr ist nicht пропft. Ich werde sie sich beschziehen. Okay... Sonst habe ich keine Items. Ich hab absolut nix. Komm und kämpf halt, Junge. Wenn ich friss halt soll. Aha. Lass mich Showtime. Noch mehr Folter. Ah, sieht fast so aus. Ich weiß. Select, ich weiß. Okay. 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 Ich bin nicht wie einer dieser KGB-Slug. Für mich ist das kein Tortur. Es ist ein Sport. Ihr seid alle nur ein paar Singen. Kann auch sein. Ah ja. Komm, mach mal. Das schaffe ich schon. Okay. Wie liebte du das? Ah ja, war okay. Sollen wir wieder gehen? Ja, von mir aus. Ich hoffe mal schon. Okay. Habt ihr genug noch? Wir sind noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Aufgeben. Ende zu zeigen. Ähm. Das hat dann, soweit ich das gelesen hab, hat das dann nur ein, ähm, nur eine Auswirkung auf, ähm, auf das Ende ganz am Ende. Okay. Also es kommt nicht sofort, soweit ich das, äh, verstanden hab, sondern es ist dann recht, recht weit. Spetsnaz. Spetsnaz. Hm. Werde ich jetzt wieder eingesperrt? Ich geh mal unter's Bett, wenn er, wenn ich sicher bin, dass er nicht hing. Ach, was ist denn? Du bist okay, Snake? Ja, ja, ja. Ja. Nichts neu zu informieren. Snake, ist es da nichts, was ich tun kann? Ja, mein Arm tut mir leid. Schöner Snake. Ich erhöhe das Level von Schmerz in deinem Blut. Okay, aber du kannst den Benzedrin weg, das Ding macht mich zu frischig. Haha, ich glaube, du fühlst nicht zu schlecht, nachdem. Naomi, bitte, sprich mit mir. Sag etwas, um meine Meinung aus dem Schmerz zu nehmen. Was kann ich sagen? Ich bin nicht ein sehr guter Sprecher. Bitte. Bitte. Sag mir, um dich zu selbst. Meine selbst? Das ist ein schwerer. Familie? Das ist kein glückliches Thema für mich. Ich habe keine Familie. Nun, warte. Es war ein Mann, der sagte, er war mein Vater. Wo ist er? Mord. Mit meiner eigenen Hand. Big Boss. Was? Big Boss? Ich hatte keine Ahnung. Es gab keine Ahnung, dass du es nicht mehr so gemacht hast. Es gab es in Zanzibar sechs Jahre alt. Es gab es nur Snake und ich wissen die reale Wahrheit von dem, was da passiert ist. Also, ist es wahr? Was Big Boss wirklich dein Vater? Das ist was er gesagt. Das ist alles, was ich weiß. Und du kannst ihn töten, um das zu tun? Ja. Ja. Wie? Ich wollte es. Besonders, einige Menschen einfach brauchen zu töten. Das ist Petruside. Ja. Ja. Das ist der Trauma, die Mantis sagte. Das ist das, was wir in der Gemeinschaft. Ist das, warum du die Foxhound verlassen hast? Ich habe nur gesagt, dass ich nur noch ein paar Zeit brauchte. Alaska war der perfekte Ort. Oh, Snake. Ich habe keine wirkliche Familie, auch. Ich habe nur ein großer Bruder, der mich durch die Schule. Ich habe nur noch ein großer Bruder, und er war viel älter als ich. Wo ist er? Dead. Er ist dead. Ich bin sorry. Aber er ist tot. Snake. Ist es eine Frau in deinem Leben? Die auch jetzt noch? Es ist so schwer, dass es niemanden vertraut. Hm. Freunde? Roy Campbell. Hm. Du kallst mich noch Freunde? Ist das alles? Nein. Nein. Es war ein anderer. Frank Jäger. Was? Big Boss' der größte Vertrauen, und der einzige Mitglied von Foxhound ever zu bekommen, den Namen Foxhound. Gray Foxhound. Ich habe viel gelernt von ihm. Aber du hast nicht versucht, sich zu töten? Ich habe viel gelernt von ihm. 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 Wir waren einfach professionell von anderen Seiten. Das ist alles. Und du hast dich immer noch Freunde? Es ist schwierig. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich habe viel gelernt von ihm. Ich habe viel gelernt von ihm. Das ist verrückt. Ich habe viel gelernt von ihm. Ich habe viel gelernt von ihm. Er war immer so cool und präzise. Ich war immer so green und er hat mir die Röbe. Du ihn gut kennst? Nein. Wir haben nie gesprochen von unseren eigenen Leben. Es war eine Art von Unruh. Ich habe viel gelernt von ihm. Wir haben ihn in den Hügel. Wir waren gegen ihn in den Hügel. Wir waren gegen ihn. Wir waren nur für die Hand. Ich weiß, dass es etwas schmerzt ist, bei einer der meisten Menschen zu tun, aber wir waren einfach zwei Soldaten, die unsere Arbeit machen. Es ist wie ein Sport. Er ist im Spiel. Sie sind wie Wild Animals. Sie sind recht. Wir sind die Tiere. Wenn du bist Freunde, dann wie du das Verlust auf den Ninja? Ich weiß nicht. Das ist deine Genie. Genes. Sie machen dich predisposiert nach violence. Du magst wirklich sprechen über Genes, Naomi. Warum hast du in den Genetischen Forschung genommen? Ich nie wusste, wie meine Eltern waren, oder sogar wie sie sahen. Ich glaube, ich bin in Genetik, weil ich wollte herausfinden, warum ich so bin. Also, du studierst über DNA? Ja. Ich dachte, wenn ich meine Genetische Struktur studiere, würde ich herausfinden, wer ich wirklich war. Ich dachte, dass, indem ich eine Person genetische Informationen kann ich die Blank-spots in der Erinnerung sein. Erinnerung ist in DNA? Wir sind nicht sicher. Aber wir wissen, dass eine Person genetische Fete ist nur durch die Sequenz der vier Bases in der DNA. Also, was ist meine Fete? Du kennst meine DNA-Sequenz, nicht wahr? Deine Fete? Ich... Entschuldigung, ich habe keine Ahnung. Natürlich nicht. Du bist ein Wissenschaftler, nicht ein Fortuneteller. S鬼! Strecker auf! Was ist denn... Ah... Meine... Oh... Klopf, klopf, klopf! Trägt mich raus, bitte! Ich verstecke mich. Jetzt, wo er mal weg ist, verstecke ich mich mal. Oh oh! Oh oh! Ach, Otakon! Ich habe gedacht, das wäre der andere. Der Böse. Hallo, Otakon! Es ist ich, Otakon. Wow, ich will nach dir. Warte, geh mich raus! Lass mich gehen, das tut mir leid. Ist das, wie du einem Mann einen Wunsch fragen möchtest? Lass mich gehen! Geh, es ist wie ein Tierwäsche. Oh, was ein Schmerz! Weil er... Ich habe keine Toilette hier drin, tut mir leid. Ja, es ist der DERPA-Chief! Ich kann nichts machen gegen den Gestack. Oh, der Böse! 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 Also, was hast du hier, dann? Ich... Ich dachte, du wärst wunderschön. Wenn du mehr Essen brauchst, kann ich noch ein bisschen mehr dazu bringen. Also, ich habe dir diese Karte Level 6. Oh! Ich werde dich aus der Torturruppe holen. Hier, geh das auch. Was ist das? Es ist ein Handkerchief. Ich habe es von Sniper Wolf. Warum? Weil es gut riecht. Weil es gut riecht. Weil es gut riecht. Pfff! Nicht die Hunde, ne? Ich habe sie verletzt. Sie hat sogar mich verletzt, wenn ich sie gefragt habe. Sie liebt böse. Sie muss eine gute Person sein. Bitte, nicht sie verletzt. Ich habe es gut riecht. Sie ist derjenige, der Meryl hat. Das ist alles, was ich tun kann. Sie planen, um eine Nucke zu verletzieren. Ich muss sie verletzieren. Dann musst du nach der Kommunikations-Tower. Erst du musst mich raus. Komm schon, ich versuche mein Bestes. Das Garten hat die Karte. Du musst ihn rausnehmen. Gib mir eine Pause. Ich bin kein Soldaten. Ich kann niemanden rausnehmen. Du musst. Ich werde mich verletzt. Oh jeez, er kommt zurück. Wir sehen uns später. Warte! Warte! Komm zurück. Aha. Sniper-Wolf-Sanker-Chief. Sie riecht sehr auf sie. Ketchup! Italiener. Sniper-Based. Food-Kondiment. Danke schön. Sonst brauche ich den Ketchup. Ich gehe leider auch um den Freund. Er ist weg! Sehr gut. Und... ... ... ... Aha! ... Kann ich dem seine Waffe nehmen? Ne Der ist nur ausgenockt Heißt, der wacht irgendwann wieder auf Ration Nice Ach, direkt hier ist der Sind das alles meine Sachen? Das ging schnell Alles meine Sachen, wunderbar Ah, sehr schön Was mache ich gegen die Kamera da? Kann ich die von hier aus irgendwie? Hm Ich bin auf Granate Perfekt Eben zu bluten Hm, das könnte Das könnte Möglich sein, ja Orange Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Sneak S Räschnis bringt Erfolg zu viele. Missfortune zu viele. Snake, geh vorwärts, wenn es sicher ist. Aber retreite, wenn es gefährlich ist. Du musst es nur mit dem Kopf spielen, aufgrund der Umstände. Ah, wir sind da! Hier! Wo wir vorhin waren. Schaff Granaden. In dem Bett irgendwas. Ration, okay. Nice! Wenn wir was richtiges zukommen. Zwei. Mehr. Wunderbar. Also zum Communications Tower muss ich. Okay, da hier komme ich. Hm. Oh, 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 oh. Ah, ah, ich hab's gelassen. Ah, Communications Tower. Wo ist denn nochmal? Hm. Ich nehme an, wir müssen einfach wieder hier in die Richtung gehen. Ich bin ein Glück, dass wir keine Laser mehr sind. So, hier ist... ...Schneefeld, ne? Mit den Minen. Äh, okay. Ah. Miner-Detektor. Ist auch eine Möglichkeit... ...irgendwie durchzukommen, ohne... ...irgendwas benutzen zu müssen oder getroffen zu werden. Ich bin hier. Ich bin ein bisschen weg. Was? In meinen Items? Wow. You'll pay for that. That Deep Throat's a real enigma. He's definitely from inside their ranks. Is he an informer? Maybe some kind of renegade? I've got the feeling there's some other force at work here. Hmm. Okay. Okay. Äh, zu nah dran. Dreck. Ah, Bullshit. Shhh. Okay. 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 Ich nehm an, wie der da wo Sniperwolf war. Ach, Hunde. Wölf Wolfis. Hallo Wolf. Wolfi, weg da. Piss dich, Piss dich! Wolf! Schu-schu! Ach, vielleicht wenn ich den... Lasst ihr mich dann in Ruhe? Jaaaa! Jetzt lassen sie mich in Ruhe. Hops! Entschuldigung. Falsche Taste gedrückt. Das Gesicht geschlagen, aus Versehen. Jetzt lassen sie mich in Ruhe, weil ich nach Sniperwolf riech. Das Spiel ist super intelligent. Also für einen Playstation 1 spielst du das. Das ist sehr durchdacht. Mit den... Mit den ganzen kleinen... Kleinigkeiten und so weiter. Ja, hier bin ich richtig. Ja! Gut. BÄM! 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 Ich kann mich immer noch wieder helfen. Ich will dir helfen! Waha' auf, schau' deine Macht! Ich war eine dumm. Ich wollte ihn als Soldat. Aber Krieg ist dumm. Es gibt nichts Glamouros über ihn. Snake, bitte schaffst dich. Geh weiter, und nicht auf die Leute. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Snake, über Meryl. Colonel, entschuldige mich. Ich konnte sie nicht schützen. Snake, sie ist ein Soldat. Sie wissen, dass die Soldaten sind ein Teil der Krieg. Sie hat ihre eigene Freiheit. Ich bin sicher, dass sie bereit ist. Nein, du bist falsch. Meryl dachte, dass sie einen Soldaten musste. Sie dachte, dass es die einzige Weg war. Sie sagte, dass sie sie näher bringen würde. Sie sagte das? Sie war nicht bereit für reale Kampf. Ich sollte sie nicht so schweren. Es ist meine Schuld. Das ist nicht wie du, Snake. Master. Was ist das? Entschuldigung für die Eavesdrohung, aber ich konnte nicht mehr hören. Master. Master. Snake. Du kannst dich nicht schmerzen, wenn du willst. Es ist nur natürlich. Aber du kannst dich nicht weiterentwickeln. Für die Dinge, die in der Vergangenheit passiert. Diese Straße führt zu schmerzen. Ich glaube. Er ist richtig, nicht schmerzen dich. Es ist nicht eine legend wie du. Ich bin sicher, dass Meryl einfach gut ist. Mei-Ling? Snake. Lass mich über Meryl. Stopp Liquid. Das ist was Meryl auch möchte. Du bist richtig. Meryl sagte das gleiche. Snake. Was? Meryl. Sie ist ziemlich speziell zu dir, oder? Ja. Sie ist speziell. Es gibt nicht viele Frauen wie sie. Das ist nicht was ich meine. Hm. Sie ist die Körnerin. Und ein Freund von Körnerin. Ist das alles? Komm schon. Das ist wie eine Polizei. Nein. Ich habe nur... Ich glaube, es ist in den Genen. Genen? Was hast du gesagt, Körnerin? Nein. Ich habe nur daran gedacht, Frau von Naomi. Ich glaube, Naomi hat gesagt, dass er so großartig ist, als die Sekretär in der FBI. während Edgar Hoover's Zeit. Ist das richtig? Ja. Ja. Er war ein Japaner. Und er wurde eine spezielle Anfängerung für die Mafia. Wann war das? Oh. Einmal in den 50er Jahren, glaube ich. Woher? In New York, glaube ich. Naomi. Ich dachte, dass du keine Familie hast. Ich habe es recherchiert, nachdem ich eine Adoption geworden bin. Mein Vater war bereits tot, als ich ihn habe gelernt. Ich hatte niemals die Chance, ihn zu treffen. Oh. Snake. Good Glück. Das war jetzt ein bisschen... viel. Von allen Seiten. Sniper-Munition. Okay. Wat? 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 Wanne? Ich habe keine... Hammer? Ah. Selbstschuss. Okay. Wie könnt ihr mich eigentlich hier anrufen, wenn hier gejamped ist? das Zeug. Aber es gilt es nur für die Karte. Aber vorhin als gejampt, ne, da hätten sie da hatten sie mich ja auch angerufen. Aber ich konnte Meryl irgendwie nicht anrufen. Also ein bisschen komisch. So, gucken wir erstmal hier hoch. Gibt es hier oben irgendwas? Ja, da, da liegt was. Munition. Ja, Sniper. Hab aber volle Munition. Okay, äh, wie sieht es mit Leben aus? Das ist nicht genug. Weiter geht's. Da ist keiner. So viel Munition. Fühlt sich an, als ob gleich Kampf kommt. Wozu brauche ich denn ein Seil? Ah, was macht denn der? Schlägt der mich? Ah. Long durable rope made from nylon fibers. Okay. Irgendwo runterklettern oder so. Oder jemanden. Oder jemanden fangen. 99, okay. Alarm geht nicht runter. Das ist ein bisschen doof. Ah. Nimm den Gamehauten hoch. Ah. Steuerung. Bitte. Pisst euch. Ah. Okay, wisst ihr was? Was? Jetzt kommen die von oben. Ah, jedes Mal an die Kackwand. Lehne. Geht's da hier weiter. Ja. 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 Jetzt frage ich mich natürlich was da unten. Jetzt frage ich mich natürlich was da unten hinter der Tür war. Steh auf. Snack. Snack. Wie hoch ist denn der Scheiß? Ja. Mann, 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 Alter. Radadadada. Das fühlt sich fast so an, wie die Treppe in Super Mario 64. Ich komme mir fast so vor, als wenn ich jetzt wieder nach unten gehen würde, wäre ich nach zwei Treppen wieder ganz am Boden. Langsam glaube ich, ich musste tatsächlich in die andere Tür da reingehen. Nein, jetzt bin ich ganz oben. Nice. Oh, endlich. Hm. Jetzt ist ja kein Alarm mehr. Jetzt kommen die Leute ja nicht. Gehen wir mal wieder runter. Gehen wir mal wieder runter und gucken uns an, was hinter der Tür war. Das wird mich sonst nicht loslassen. Das wird mich sonst bis ans Ende vom Spiel jagen. Ich bin mir auch fast sicher, dahinter ist nicht wirklich was Interessantes. Aber auch wenn es nur eine Ration ist oder sonst was, das wäre schon mehr als genug. So, da ist sie ja gleich. Was denn? Das ist die Tür zu der Tür. Der Tür wird örtet, selbst wenn ich die Karte benutze. Huh? Oh, das ist richtig. Ich habe total vergessen. Du kennst etwas? Das Tür wird manchmal gegründet, weil es so kalt in der Mitte ist. Nachher sage mir vorhin. Also, was soll ich machen? Es ist nicht möglich zu örtet von der Mitte. Sie haben immer C4 benutzt oder etwas von außen. Von außen? Du kannst es nicht von außen öffnen? Entschuldigung, es ist unmöglich. Aber keine Angst, du wirst es durch. Es gibt zwei Geflüge, die von Tower A und Tower B verbinden. Die anderen sind auf dem Rücken. Du solltest nur den Geflüge auf dem Rücken benutzen. Die Tür, die ich nicht mal aufmachen kann. Okay. Wieder hoch, ja. Wunderschön, wunderschön. Diesmal wäre ich zum Glück nicht gejagt und abgeschossen. Snack, bitte. Hör auf. Sind wir 25... Ne, das war 23, 24. Okay, sind ja gleich oben. Und... Cumming C4 Wenn sie das von außen mit C4 aufmachen können, warum dann nicht... von innen? Er würde die Tür, weg... sprengen. Fertig. Kommunikation Sour Da haben wir ne Da drüben geht's dann wieder rein Okay Klapper Klapper Boah Was Was soll das denn jetzt Ist aber nicht gut Ich bin Angst, dass ich dich nicht passen kann Wer bist du denn? Liquid Woher weißt du, dass ich da bin Achso, vor ein Alarm und so Was ist denn so schnell in einem Helikopter neigekommen ist? Hm Das sieht schlecht aus Aber zum Glück hab ich eine Nein Rope Hab ich doch Okay Du bist alle mein Wenn ich hier bleibe, bin ich fertig Okay Rope Rope Schön, dass die Schön, dass das Seil direkt durchgeht Oh Oh Das wird interessant Was denn Was denn Okay 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 Danke Wenn jemand das tun kann, kannst du nicht, Snake! Snake! Ja, direkt in den Dampf. Ernsthaft. Du warst fast da. Snake! Der Teil ist ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen merkwürdig zu steuern. Besonders das Ausweichen da ist. Und ich verstehe, dass nach links und rechts geschwinge und gelaufe nicht. Nicht super gut. Aber ich mach einfach. Ich mach einfach. Zack, zack, zack. Wird schon irgendwie funktionieren. Jetzt lande ich auch viel weniger in diesen Dampfdingern. Da! Da! Lief viel, viel besser. Schießt du mich noch ab? Geht da hinten sind Leute oder gehe ich am besten nicht lang? Ich muss da hinten schon. Ich kann da hinten schon Leute stehen. Ah! Äh! C4! Set! Detonate! Set! Detonate! Äh! Abkürzung! Perfekt! Du kannst wieder aufstehen, Snake. Kannst wieder aufstehen, Snake. Die da hinten stehen... Die machen irgendwie nix. Die kommen nicht her. Das heißt... Snake. Das war ein Kopfschuss. Das war ein Kopfschuss. Okay, zwei Kopfschuss. Äh... Okay. Oh! Okay. Woah! 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 Okay. Das ist... Dass sie von da hinten mich treffen, ey. Kann ich um die Ecke schießen? Nee. Ziefürk. Da, 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 da! Na! Bah! Ah! 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 Na! Magazinwechsel! Oh, yes! Und... Keine Ahnung, ob das... Richtig... Wow! Fuck off, alter! Das Ding ja... Rakete? Okay. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wind mitbrechnern. Also bei dem Spiel könnte ich es mir sogar fast vorstellen. Okay. Mission. Wenn ich jetzt schon wieder... ...verfolgt werde von irgendwelchen Leuten. ... 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 als ob du da nicht runterspringen könntest, Snake. Komm. Ist das dein Ernst, Snake? Oh. Okay. Oh, das Hochlaufende hier ist ja noch beschissen. Das Runterlaufen war... war leicht. Das war einfach nur nach unten drücken. Das Hochlaufen ist scheiße. Hier musst du einfach nur nach oben drücken und hier oben musst du nach links drücken. Was? Klavier? Wer ist da? Meryl, bist du das? Ich glaube es fast nicht. Nicht schreien! Es ist mir, nicht schreien! Ach, der ist er wieder. Hey, Snake! Autocon, wie bist du da hier? Und es war nicht so dramatisch wie deine Entrance. Bist du mir? Ich bin Angst vor Höhen. Du warst auf? Ja, ich war auf. Ich war in der Branche der Trucke. Dank an der Stealth-Camouflage. Wie kamst du hier? Der Elevator ist auf dem Kurs. Ich bin auch hier auf dem Kurs. Ich bin auch hier so Stealth-Camouflage. Ich bin ein Droid. Deswegen habe ich den Elevator gemacht. Der Elevator funktioniert? Ja, das ist richtig. Du bist unglaublich. Wie ein Film-Hero oder so. Du bist falsch. In den Filmen hat der Hero immer die Mädchen zu retten. Du meinst Meryl? Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Snake. Es ist etwas, was ich dir wirklich anrufen muss. Das ist, warum ich dich so weit folge. Hast du mich nicht anrufen können? Hast du... jemanden lief? Das ist das, was du fragst? Nein, ich meine... Ich habe mich gefragt, ob sogar Soldaten in Liebe fallen. Was willst du sagen? Ich will dir fragen. Denkst du, ich liebe dich? Auch auf einer Kriegung? Ja, ich mache das. Ich denke, dass jederzeit, in einem Ort, die Leute sich in Liebe lieben können. Aber... Wenn du jemanden liefst, musst du sie schützen. Ich denke, das auch. Ich habe eine Frage zu fragen. Oh-oh. Keine Angst. Es wird einfach. Oh-oh. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht jemanden will. Ich auch nicht. Keine Angst. Der Elevator ist auf da unten. Ich will, dass du ihn verletzt kannst. Du siehst? Das ist lustig. Es war schon vor, aber jetzt ist es nicht. Vielleicht ist der Panel kaputt. Kannst du es fixieren? Es war schon vor. Wenn es der Mechanismus ist, lasst es mir. Ich muss gehen und schlafen. Okay. Ja. Ich bleibe hier und behalte den Pferd. Good luck. Du siehst wirklich wie hell. Bist du okay? Keine Angst. Wenn ich das mache, ist es egal. Ich schaue nur, dass ich nicht hier bin. Und dann bin ich nicht Angst. Schraubere Logik. Ich spreche dir an. Ah, ah, ok Ah, stopp Musst du ernsthaft so ein Kackding sein Zwei Dinger, wat? Was denn wieder? Drei sogar Sehr gut Moment, ist da eine Tür? Nee Funkelschauber Vier ernsthaft Drehen komplett durch die Dinger Wenn jetzt nochmal fünf kommen Ah, ok Kann ich so eine Granate nicht einfach auf den Helikopter werfen und der stützt dann einfach ab? Ja Nein Ok, so So, machen wir den Helikopter noch So, machen wir den Helikopter noch So, machen wir den Helikopter noch Wer in der Hölle bist du? Ich bin dich Ich bin dein Schaue Was? Frage den Vater, den du töten hast Ich sende dich in der Hölle, um ihn zu töten Liquid Snake ist doch ein Klon von Solid Snake oder irgendwie sowas Irgendwie sowas Irgendwie so Zum Beispiel Ich bin dein Schaue Ich bin dein Schaue Ich bin dein Schaue Was? H Micha Wie funktioniert denn der Scheiß? Wo ist denn der? Das macht aber nicht viel Schaden! Die fliegt nicht nach oben. Die fliegt nur links und rechts. Deshalb... In der Zeit! In der Zeit. Ich kann nicht mal die Waffe schnell genug wegtuben, ohne getroffen zu werden. Das Ding ist scheiße. Raketenwerfer ist super scheiße. Ja, treff mich zweimal, Alter. Das Ding ist scheiße. Das Ding ist scheiße. Was? Was hat er denn jetzt kaputt gemacht? Tata, macht er. Ah, ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Oh, der Kampf ist doof. Mein Raketen... Ich hab einen scheiß Raketenwerfer. Da denkst du, ein fucking Raketenwerfer wird ein bisschen mehr Schaden an einem scheiß Helikopter machen. So, the snakes finally... So... So... Das war nichts. Na, komm, Waffen, Zeug. Das dauert immer... Es dauert immer ewig, bis das mal auftaucht. Dass ich... Dass ich das Zeug, die Waffe wieder wegstecken kann. Da fängt der schon an zu... Da fängt der schon an zu schießen. Da kommt das scheiß Menü noch nicht mal bei mir auf. Ich werde eventuell auch nicht so oft getroffen werden... Wenn ich eventuell direkt nach dem, der getroffen wurde, die Waffe wegstecken könnte. Damit ich... Damit ich... Damit ich, äh... Abhauen könnte. Ja, das war nix. Ja, das wird nix. Oha... Okay, trotzdem getroffen. Was macht denn der? Hä, wo ist denn der? Ich komme jetzt... Dem sein... Sein Eat-Bliss-Zeug. Ne, ne. Ja, wie lang kannst denn du schießen? Ach, natürlich trifft er nicht. Der Kampf ist... Nicht der Beste in Metal Gear Solid. Kampf ist nicht... Definitiv nicht der Beste. Jetzt geht er wieder nach runter, wo ich ihn nicht treffen kann. Ach, und das Piepsen, das nervt ein bisschen sehr. Oha, ja. Coole neue Taktik, alter! Ja, nice job. Dankeschön. Los, schieß! Oder auch nicht. Dann schieß ich halt. Nein, jetzt mach dir das Zeug. Äh, ja, ja, ja. Verstecke ich mich... Watt? Ich kann da nicht rein. Wolle Scheiße. Ah! Da hatte ich... Ja. Nutze ich die Ration automatisch? Wenn ja, dann ist das... Dann ist das saucool. Wow, jetzt ist er aber sehr hoch. Der hat gerade mal die Hälfte von seinem Scheiß-Leben. Verloren. Und wird schon super aggressiv, alter. Ich weiß nicht. Entweder mach ich irgendwas falsch, oder... Der Bosskampf ist tatsächlich, äh... Bisschen sehr heftig. Wenn er da unten ist, kann ich nix machen. Jetzt ist er wieder da unten, ne? Ja. 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 So lange der da unten ist, kann ich ja... Mal schnell da hier hingehen. Und Munition. Bullshit. Bullshit. Ohne Scheiß. Ich kann so oft... Ich kann so oft das Scheiß-Waffen-Rad... ...sozusagen nicht... ...kann so oft das Scheiß-Waffen-Rad nicht... ...machen. Livestream ist weg, oder? Oder war kurz weg, oder? Keine Ahnung. Mein OBS hat sich gerade... ...nicht verabschiedet, aber hat gerade die Meldung gegeben... ...dass die Verbindung wieder da ist. Heißt, die müsste ja vorher kurz weg sein. Ne, der Livestream ist komplett weg. Er ist wieder da. Watt! Bei mir ist er nicht da. So ist es noch da. Präminehre mich auch. Dann starte ich mal. Sehr, sehr komisch. Dann starte ich mal manuell schnell neu. So, Livestreamer neu gestartet. Okay. Okay. Also jetzt ist er bei mir auch wieder da. Okay. Also, wir sind wieder gestorben. Für die, die es eventuell verpasst haben. Was ist denn, Snake? Der Tornier sagt, es ist der starker Schwierer, der meist oft trotzt. Es ist, weil der starker Schwierer überestimiert seine Fähigkeiten... ...und unterestimiert seine Fähigkeiten der Fähigkeiten. Du bist wahrscheinlich ziemlich nah an der Mission. Aber nicht so. mich bis dahin mal informieren, ob ich vielleicht was falsch mache oder es sonst irgendwie eine richtige Taktik gibt oder sowas.